Äh, ja. Dann dürfte das gewesen sein. Ist alles gewesen. Ist und wir fliegen weiter. Danke, kann ich gut gebrauchen. Die kriegen mich nicht, die kriegen mich nicht. Niemals kriegen die mich. Vielleicht aber auch doch scheiße, ich hab nicht mehr viele Megas. Hm. Man kann sich schlecht zielen mit dem Ding, weil das ganze Schiff dann bebt. Wie als wenn der Reaktor gerade zerstört würde. Das ist ganz schlechte Idee mit der Fusion. So kriegt der mich vielleicht nicht. Der haut ab, der Angst hat. Du musst sterben, komm. Das muss doch reichen. Er ist doch schon voll beschädigt. Er versteckt sich hinter dem Gesunden. Okay. Ich hab kaum noch Energie. Hau doch nicht immer ab. Es heißt Hulk. Und Hulk ist eigentlich grün. Vor Wut. Es lebt immer noch. Es sind sogar zwei, die sich jetzt verstecken hier. Ich glaub's nicht. Und das nennt sich gefährlicher Gegner. Einer ist weg. Und da schießt ein anderer. Ich hoffe jetzt mal, ich komm jetzt nochmal hier raus, um mir Energie zu tanken. Immerhin hab ich ein bisschen mehr Shield, als im letzten Level. Gut. Bravo. Ähm, was ist das denn? Da hab ich hier noch nicht. Sieht nicht so aus. Ey, das ist doch ein Geimgang. Menno. Tanken. So. Ähm. Hier geht's rein. Das wird interessant. Bin jetzt vorsichtig geworden. Und wie die Hoffnung nicht vergessen, in diesem Level gibt's irgendwo ein Secret Exit. Das will ich nicht übersehen. Ich probier's nochmal hier lang. Ist einfach ne ganz schlechte Idee. Ganz, ganz schlechte. Ähm. Hier lang. Vielleicht kann ich diesen Abschnitt da links komplett auslassen. Mal sehen. 105 Leben und das Spiel ist immer noch nicht gecrashed. Warum nicht? So, wo ist der andere Hulk da hinten irgendwo? Ist auch ein Roter offensichtlich. Ah, ich soll ich sehen. Man braucht nur das gewisse Augenmaß. Noch ein Spawner, ich glaub's nicht. Ungeheuerlich. Ach, da ist noch. Ist das ein Hulk? Es ist scheinbar ja kein Hulk. Habe ich schon gestagiert vorhin? Seid ihr schon gespawnt oder seid ihr einfach da gewesen? Ich bitte um Antwort. Nein? Dann leckt nicht. Was? Ist der tot? Der versteckt sich nur in der Angsthase. Und jetzt muss er deswegen sterben. Was ist das? Ach, mir fehlt noch ein gelber Schlüssel. Fehlt mir, äh, fällt mir grad auf. Fehlt mir grad noch. Genauso. Warum stirbt er nicht? Danke. Viele Wege führen nach unten. Aber nur einen dazu im Gefangenen. Ich komm zu dem Gefangenen erst, wenn ich einen gelben Schlüssel hab. Danke für diese Information. Wo kamen die Deppen jetzt her? Da. Von unten. Aus der Hölle. Ah! Nicht gut. Gut. Können wir mich erstmal um den da. Keine gute Position. Am Arsch. Aber irgendwann, dann reicht's auch mal. Dann muss man einfach mal weiterspielen. Und sich reinwagen. Reinstürzen. Und das ist einfach nur so ein kleiner Raum. Ach, der führt auch noch weiter. Oh, Mann. Es geht immer weiter. Es hört nie auf. Ist doch nicht zu fassen. Kann doch nicht so bleiben. Na? complement- Das führt auch noch wieder hoch. Da... Genau. Oh, Nöööö. Willste schmusen oder was? Nicht jetzt. gerade keine Lust. Komme ich jetzt gar nicht mehr unversehens nach oben scheinbar. Danke, dass ihr euch auch mal ankündigt. Lass mich das noch einsammeln. Danke, speichern. Ah, der kommt ja von ganz woanders. Das wusste ich nicht, dass ihr von da kommt. Ich dachte, ihr kommt von da andere Seite, nee, andere links geradeaus. Einer ist weg. Ja. Was wollt ihr denn? Was wollt ihr denn? Jetzt kommt ja noch ein Plasma-Lasma. Plasma-Lasma. So. Oh, da trifft mich was im Gesicht. Egal, speichern. Ups, sop, sop, sop. Ey, Mann. Fickt euch doch. Aber mal ins Knie ficken, ne? Wie wär's damit? Speichern. Der Plasma-Typ natürlich noch. Dich darf man natürlich nicht vergessen. Das nimmt zu einem das ganz viel Übel. Komm, zeig dich. So hässlich bist du doch gar nicht. Das sag ich jetzt natürlich nur so. Damit der auftaucht. Speichern. Na, run. Da waren doch auf jeden Fall noch welche. Ich hör doch was. Speichern. Und dann kommen sie. Ah, da ist noch so ein Lila, ne? Ein riesiger Lila, ne? Ein Rot hat ihm schon längst gekielholt. Ja, ich kann mich ja nicht um beide gleichzeitig kümmern. Das geht nicht. Komm mal hervor. Dann bist du zuerst dran. Frauen und Kinder zuerst. Und die Kleinen sowieso. Schön. Das läuft. Das fetzt ein. Mäschig-gewaltig. Kommen immer mehr. Ist halt Superspawner oder was. Schon mal ein Vorgeschmack auf Destin 2. Unendlicher Spawner. Und ich spiele 2. Höchstens auch Trainee. Das kann ich gleich sagen. Wenn ich das schon wieder sehe hier. Trainee Maximum. Eher noch irgendwas Niedrigeres, wenn es gibt. Ich kann ja mal in der Config reingucken. Dann erhöhe ich Shield überall bei mir. Auf Maximum. Auf 2000 Millionen. Dann kann ich auch sagen, ich mache es ohne Neuladen und Speichern. Das wäre doch ein Angebot, oder? Endlich mal ohne Speichern. Zack. Kann ich jetzt endlich? Kann ich? Mich um den kümmern. Nein, nehmen wir noch nicht. Die wollen den einfach beschützen. Speichern. Erst will ich mich hier um die kümmern. Ich glaube, echt, da ist ein Spawner. Anders kann ich mir das nicht erklären. Oder immer wieder neue kommen. Da. Wer da kein Energiecenter hat, der hat ein bisschen verkackt. So ganz leicht. Der hat hoffentlich eine Erwachsenenwindel an. Das war knapp und riskant, dass ich da so wenig geschossen habe. Aber hat genau abgepasst. Gepasst. Abgepasst. Gepasst. 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 Wo kommen die Dinger alle her? Und wo kommt der her? Deckung. Ach da. Da kommt der. Der kommt immer mehr her. Das ist echt so ein Endlich-Spawner. Die wollen mich schon nicht in Gelben einsacken lassen. die kommt von überall überall weg hier ich find hier nicht mehr raus nein genau hier wollte ich nicht hin ach scheiße da bin ich wie der hund in der pfanne und das meer schmeine ich nur in der falle wie der hase in der falle wo kam der jetzt her von geradeaus oder so da ist er jedenfalls den gehen würde ich ja schon ganz gerne homing verwenden damit kann ich leben jetzt vielleicht mal hier runter was ist denn hier los das kann doch nicht wahr sein wo komme ich denn dahin wo sich das eigentlich ein abgeschlossener raum ohne spawner das war wohl der letzte dann schnappe ich mir erstmal den gelben und eigentlich könnte ich den rest einfach ignorieren ach da sind die gefangenen also doch nicht so leicht zu ignorieren ist da jetzt noch einer der kommt ich blick jetzt erstmal hier weiter 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 hier gibt es keine geheimgänge nö überhaupt nicht den würde man ja sehen zack ach hier geht es nicht zu den gefangenen da kann man nicht so gut ausweichen wenn man sich aber gescheit hier hinstellt möglicherweise war es so gedacht dass die ganzen typen hier warten deswegen gibt es hier auch so einen hügel wo man sich verstecken kann aber nur spekulation was haben wir hier keine gegner sind die alle rüber gekommen zu mir ja ui ui cool 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 ähm was ach du siehst die da unten dann nicht wirklich ouch ach jetzt bin ich hier aaah 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 ähm spawnt gar nichts hier gibt es keine spawner hier ist nichts leader nichts rosa nichts pink nichts irgendwas flauschiges ach so hier war ich schon hier ist eine blaue tür und da ist auch noch eine ich würde gerne 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 die gefangenen befreien aber hier war ich auch nicht da muss ich wahrscheinlich auch gar nicht hin wir haben jetzt Zeit why not es gibt auch kohle ich meine punkte punktige kohle es waren noch zwei oder der eine versteckt sich da noch ach hier geht es auch noch weiter wollt ihr mich denn völlig verwehren oh ja oh ja oh ja die Decke spawnt gleich Gegner ui 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 moment da war smarts mal gucken ob ich es so lassen kann Dumme Bohre. Haben mich fast um Kopf und Kragen gebracht. Ansonsten bin ich hier du, kann ich hier weiter. Er ist bestimmt kein Gegner mehr. Soviel zur Spekulation. Ich würde so gerne in das Smart reinwerfen, aber wegen einem Gegner mache ich das nicht. Danke fürs Sterben. Dummer Raum hier, nur ein Gegner drin, sonst nix. Gelbe Tür ist das. Ui, hallo. Nice to meet you. Ähm, das mache ich am besten kalt. So noch 3-4 mal und dann bist du tot. Der schießt immer noch, oder? Nö, jetzt nicht mehr. Die hat mich nicht getroffen. Da sind noch andere Gegner. Mensch, das ist fies. Der ist tot. Ging ja schneller als gedacht. Oh, homing Missile. 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 Hotter Schlüssel. Da muss ich hier sogar hin. Kann ich das speichern? Ich trau mich mal. Ich glaube, das war dumm. Mist. Er loopt davor. Grummel, die bummel. Gab's hier nicht so viele Homings. So nisch. Wenn ich weiter weg geh, ist das glaube ich auch nicht viel besser. Nicht wirklich. Kann er nicht mal kurz weggucken? Guck mal kurz weg. Ich guck, ich hole noch kurz was. Geil. Glück muss man haben und können sowieso. Und dann dann hier weiter. Ja. Das Level dauert nicht so lange, aber die Gefangenen. Die warten immer noch. Auf die Erlösung durch mich. Und ich heiße nicht mal Cain. Du, 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 du. Du, du, du. Da geht's zu den Gefangenen. Da muss ich noch die rote Tür finden. Habe ich die schon? Ich glaube nicht. Sieht nicht so aus. Die rote Tür muss ich also auch noch finden. Herrlich. Erst einmal dreimal untereinander speichern, um ganz sicher zu sein. Oh fuck. Da hat einer ganz arg aufgeladen gehabt. Spawnt da irgendwas? Haha, der hat zwar keine Chance bei solchen Kämpfen. Also Straßenkämpfen wäre das spannend gewesen. Also Eckenkämpfen. Kurvenkämpfen. Das war aber auch der einzige hier. Scheinbar. Diese Konstruktion hatten wir in dem vorigen Level, wo es einen Secret Exit gab schon mal. Es sagt bloß, hier ist an derselben Stelle dann auch wieder das Exit, das ich suche. Und das wär's hier. Hihihihi. Shield! Shield! Schön viel Shield. So, hier war glaube ich dann das Secret Exit irgendwie so. Nee, hier nicht. Beim letzten Mal halt. Level 21. Hat der mich überhaupt bemerkt oder hat der ihn aufgeladen? Idiot. Kein Wunder, dass es die so selten gibt. Die sind überhaupt keine Gefahr. Nicht in diesen Begebenheiten. Uiihihi. Endlich zu den Gefangenen. Viel zu viele Wegmöglichkeiten. Hallo. Schön euch zu sehen. Meine rechte Hand ist eingeschlafen. Kein gutes Zeichen. Das ist ja auch schon das dritte Level, das ich heute aufnehme. Aber eins danach, das Secret Level will ich noch machen. Auf jeden Fall heute. Und dann ist erstmal Schluss für heute. Und die letzten Level kommen dann vielleicht morgen oder übermorgen. Oder übermorgen. Oder überübermorgen. Oder überüberübermorgen. Diese Woche wird's noch. Aber das werdet ihr dann eh nicht merken. Weil ich ja eh maximal nur ein oder ein oder zwei Videos hochlade vom selben Spiel am Tag. Also wenn ihr das Finale seht. Ist das erst vielleicht ein oder zwei Monate später nach dem Aufnehmen. Von diesem. Ey, wieso kommt der jetzt nicht mehr? Verarschen. Eben war er noch hier. Er ist anders rum geflogen scheinbar. Jetzt ist es irgendwie ein normaler Bohrer geworden. Er hat sich mutiert. Da ist er. Keine Ahnung warum er jetzt kommt. Er will den anderen Bohrer beschützen offenbar.